Vor der Installation von Vinylböden Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, muss der Raum komplett leer geräumt werden. Dies umfasst Möbel, Teppiche und andere Gegenstände. Dadurch wird ein reibungsloser und effizienter Verlegeprozess gewährleistet. Es ist entscheidend, dass die Vinylbodenplatten vor der Verlegung mindestens zwei Tage in dem Raum gelagert werden, in dem sie installiert werden sollen. Dies gewährleistet, dass sich das Material an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit anpasst, was spätere Verformungen oder Veränderungen der Platten verhindert. Dies gilt unabhängig davon, ob die Installation im Sommer oder Winter stattfindet. Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 18 und 22 Grad Celsius. Legen Sie die Kartons mit den Bodenplatten während dieser Zeit auf eine ebene Fläche.